Mittwochmorgen, 8 Uhr, Andachtszeit an der evangelischen Schule Schloss Geinhoven am Bodensee. Schon das Orgelspiel zum Eingang lässt er ahnen, dass es diesmal düster wird. Dies ihre Tag des Zorns heißt das Stück aus Mozarts Requiem. Wenig später warnt der Schulpfarrer die Sensiblen vor. Auch für sie seien die nächsten zwei Minuten Musik bitte zu ertragen, ohne dass sich jemand die Ohren zuhalte. Die ungewöhnliche Musikwahl an diesem Morgen ist kein Zufall. Arnold Glitzsch-Hünnefeld ist bekennender Metal-Fan. Sozialisiert mit klassischer Musik sei zwar Mozart seine erste Liebe gewesen, doch dann mit 13 Jahren die Entdeckung einer anderen Welt. 1982 war ich auf einer Freizeit und da war einer, der kam aus einem Heim, der war ein Jahr älter als wir und wir fanden den unglaublich cool. Und der hat eine Kassette dabei gehabt mit Sexen, lauter Sexen-Stücke und eins von Iron Maiden, Run through the Hills und das lief da ständig auf den Partys. Und als ich heimgekommen bin, habe ich mir dann die Number of the Beast von Iron Maiden auch gleich gekauft. Mit dem ersten Live-Erlebnis beim Iron Maiden-Konzert 1983 war klar, das ist erst der Anfang. Die Faszination für Heavy Metal hat ihn die letzten 40 Jahre begleitet. Ein Teil seines Lebens, der nicht nur bei seiner Ehefrau auf deutliches Unverständnis stößt. Für mich ist das Lärm, Krach, das ist eher für mich anstrengend, das zu hören und ich bin dankbar, dass er den Funk-Kopfhörer hat und über diesen Kopfhörer den größten Teil seiner Musik hört. Trotz der oft düsteren Texte und Stimmung fasziniere ihn die Energie dieser Musik und das Niveau. Eine seiner Lieblingsbands beispielsweise Heaven Shall Burn bestehe aus intellektuellen Köpfen. Entsprechend anspruchsvoll seien die Texte und die meisten Metal-Bands verstünden ihr musikalisches Handwerk. Es ist sehr melodiös manchmal, wenn man reinhört. Und das verbunden mit der Aggression, das finde ich genial. Das ist so ein bisschen wie so ein süß-scharfes Essen. Also ich mag die Kontraste. Es ist ein Ventil, also ich kann da Aggressionen loswerden. Und je länger man sich damit beschäftigt, das ist ein riesiger Kosmos. Also wenn ich irgendwie bei so einem Konzert war, dann bin ich danach heiser ausgepumpt und glücklich. Dieses Gefühl teilt die Andachtsgemeinde offenbar nicht. Dass er in diesem Rahmen Metal spiele, komme allerdings auch selten vor, räumt der Schulpfarrer später ein. Heute hat es thematisch gepasst. Mozart's Totenmesse und der apokalyptische Song über die biblische Cain-und-Abel-Geschichte. Auch die Sensiblen haben durchgehalten. Enthusiastisch mitgegangen ist allerdings offensichtlich niemand. Wir in unserem Alter hören vor allem eher Rap oder Pop oder vielleicht auch Hip-Hop. Aber Heavy Metal ist bei uns nicht eher so ein Thema. Ich will nicht sagen, dass es mein Lieblingsgeschmack ist, irgendwie in der Richtung. Denn ich suche in der Regel auch oder höre auch sehr viel Musik in Richtung, wo ich vielleicht die Möglichkeit habe, die auch umzusetzen. Auch selber vielleicht zu spielen, jetzt mit oder zu machen, zu musizieren mit den Schülern. Da machen wir schon auch Rock-Pop-Titel. Aber jetzt diese Art ist natürlich immer für mich das Problem. Singen mit dem Chor geht sowas absolut gar nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass es vor allem in den 60er, 70er Jahren mehr in war. Und dass es heutzutage nicht mehr so eine präsente Musik einfach bei uns ist. Wann hört es nicht mehr so im Radio oder wenn es einem auf irgendeinem Musikportal wird es nicht mehr so vorgeschlagen. Lebendig ist die Metal-Szene unter anderem auf dem legendären Wacken Open-Air. Schon siebenmal war Glitz Schönefeld dort, inklusive Zelten und Stage-Diven. Auch wenn viele Bands und ihre Fans in die Jahre gekommen sind, manchmal kreuzen sich über die Musik doch die Wege der Generationen. Gewollt oder ungewollt. Also ich habe einen Konfirmanden gehabt, der eher Punk-affin war, aber auch für Metal und der wollte unbedingt nach Wacken. Und seine Mutter hat gesagt, wenn du mit Herrn Glitz Schönefeld fährst, dann darfst du das. Das andere war, dass ich bei einem Metallica-Konzert war und da habe ich eine Schülerin von hier aus, eine damalige Abiturientin getroffen. Da hat man gemerkt, die fand das eher peinlich. Also wir haben uns gesehen am Einlass und ich habe gemerkt, das ist das gar nicht ihrs. Und dann habe ich auch nur irgendwie Blickkontakt und dann bin ich meiner Wege gegangen und sie ihrer. Und bei, ich weiß nicht, zigtausend Leuten haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Als Lehrer im Religionsunterricht gilt der Metal-Pfarrer übrigens als anspruchsvoll, aber fair. Seit 2018 ist der Schulpfarrer in Geienhofen. Sein Musikgeschmack ist durchaus bekannt. Beim Stagediven können sich die Zwölfklässler ihren Rallye-Lehrer dennoch schwer vorstellen. Also ich wusste auf jeden Fall, dass das so ein Hobby von ihm ist. Also ich habe ihn auch schon mit so T-Shirts und so getroffen im Edeka. Ja, aber dass er jetzt so extremer Fan ist, wusste ich jetzt auch nicht. Aber finde ich eigentlich auch sehr cool. Also doch, dass er da so ein Hobby hat, was auch irgendwie diesem christlichen Bild jetzt nicht direkt so entspricht, aber er das trotzdem macht und nicht sagt, nur weil er Fahrer ist, kann er jetzt nicht irgendwie auch Metallic Fan sein. Finde ich schon cool, ja. Von christlichem oder sogenanntem White Metal will der 53-Jährige übrigens nichts wissen. Wenn, dann schon richtig. Düster, laut und vielleicht ja auch bald wieder als Live-Erlebnis auf großen Konzerten und Festivals. Die